Dieses einmal habt ihr vielleicht schon mal kurz gesehen, nämlich im Video für das Unimemory Notebook Kit. Das ist mein Album, das ich mit diesem Kit gemacht habe und das wollte ich euch in einem separaten Video kurz zeigen, also kurz zeigen und euch auch noch etwas ausführlicher zeigen, nämlich wie ich die Fotos gedruckt habe, denn das ist eigentlich die häufigste Frage, die mir gestellt wird und heute wollte ich das einfach mal, ja diese Gelegenheit einfach mal nutzen. Ich habe jetzt hier in diesem Album quadratische, nicht ganz quadratische Fotos, nahezu quadratische Fotos und vollformatige Fotos und das ist auch eine häufige Frage, wie macht man dich diese vollformatigen Fotos. Ich zeige euch ja mal das Album kurz und dann zeige ich euch, wie ich diese Fotos drucke. In meinem Album geht es um einen Wochenendtrip, das war das erste Mai-Wochenende. Wir hatten einen Verwandtschaftsbesuch im Emsland, da sind wir gewesen und sind dann weitergefahren nach in die Niederlande und auf dem Rückweg sind wir über Lea gefahren. Das ist also unser kleiner vier- oder fünftägiger Rundtrip und das sind die Fotos, die da entstanden sind. Ich habe das ganze Album ziemlich schlicht gehalten, habe vollformatige Pattern-Paper-Seiten genommen und meine Die-Cuts hier so ein bisschen verteilt und einfach nur gestempelt. Und zwar hier mit dem Labels-Stempel-Set und da habe ich das so gemacht, ich habe dann die Fotos an der Stelle, wo ich das stempeln wollte, einfach abgeklebt und so aufgestempelt, dass ich dann eben nur diese Box von diesem Tag-Stempel hier habe mit den Linien und hier unten mit den kleinen Boxen. Das hier ist das im Herzen-Barfuß-Stempel-Set. Hier und da gehen Klappen auf, die habe ich mit mattem Tesafilm, das heißt Tesa Invisible und es ist echt nahezu unsichtbar, wenn ihr mal guckt. Das hier ist okay, auf der Seite auch wirklich nicht geklebt. Hier sieht man es, minimal. Da ist es geklebt, man muss schon sehr genau hinschauen und da ist es geklebt und das gefällt mir mittlerweile besser, als die Seiten mit Waschi-Tape einzukleben. Es ist kein Gestaltungsmonster, es ist super schlicht, aber es hält einfach, es hält für mich einfach genau diese Reise kurz fest. Das hat nicht lange gedauert. Dieses Album zusammenzustellen und ich freue mich, das jetzt dann im Regal stehen zu haben. Hier habe ich die Kassenbons zum Einkaufen noch mit reingehängt. Ich weiß, die werden jetzt nicht ewig halten, vielleicht sollte ich sie kopieren und dann nochmal, es ist auch egal. Es ist auch nicht so wild, wenn die dann irgendwann ausgeblichen sein sollten. Genau, dann ging es noch nach Lea, bei traumhaft schönem Wetter. Wow, Lea, wart ihr schon mal in Lea? Kommt hier aus Lea? Was für eine tolle Stadt, was für eine wunderschöne Stadt. War mir gar nicht klar, wir sind nach Lea gefahren, weil wir so gerne Friesland gucken, die Serie. Und deswegen waren wir eigentlich hauptsächlich in Lea und das einzige, was wir dann gefunden haben, ist die Apotheke und das ist ja eigentlich ein Kaffee. Egal, also jedenfalls, das muss natürlich sein, dass wir auch noch ein Foto machen. Das war der Grund für uns nach Lea zu fahren und da müssen wir unbedingt nochmal hin. So eine schöne Stadt, richtig toll. Ja, da kommen wir auch schon zum Ende. Genau, Maibaum wurde gerade noch aufgestellt in Lea, das passte ganz gut, dass wir dann genau zum richtigen Moment da waren. Ja, und das war es auch schon. Also ein kleines, ein kleines Album von einer Mini-Rundreise, die jetzt nicht als Rundreise geplant, sondern einfach nur ein paar Punkte miteinander verbunden hat. Wenn wir eh schon uns drei Stunden auf den Weg machen, dann haben wir einfach eine Runde draus gemacht. Okay, dann schauen wir uns mal an, wie das mit den Fotos drucken ist. Was ihr natürlich braucht, ist ein A4 Drucker, idealerweise einer, der DIN A4 randlos druckt. Ich blende euch meinen hier mal ein. Das ist der HP OfficeJet 8720. Den habe ich jetzt schon einige Jahre. Ihr seht ja auch hier am Preis, das ist nicht der aktuellste, was aber in diesem Fall ja auch sogar ein echter Vorteil ist, wenn man sich den Preis anschaut. Der Preis der Patronen ist auch günstig und deswegen bin ich damit ziemlich happy momentan. Es gibt auch nachgemachte Patronen, die habe ich sogar in der Schublade, aber bisher noch nicht getestet. Ich weiß nicht, ob die auch genauso gut sind. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht getraut, das zu testen. Gut, aber um unsere Fotos dann jetzt druckbereit zu machen, gehen wir mal kurz rüber an meinen Rechner. Was ihr braucht, um eure Fotos in beliebigen Formaten auf DIN A4 auszudrucken, ist ein Collage-Programm. Fotoscape X ist ein Fotoeditor, der auch Collage-Funktionen hat und auch eine ganz tolle Druckfunktion. Und das gibt es sowohl für Apple als auch für PC. Deswegen habe ich das jetzt ausgesucht, um euch das heute zu zeigen, damit es auch für alle irgendwie nachvollziehbar ist, Wer jetzt schon ein Programm hat, mit dem er weiß, wie er prima DIN A4 Collagen erstellt, wunderbar. Ihr könnt einfach vorspulen. Der Download von beiden Versionen, sowohl für Mac als auch für PC, ist kostenlos. Es gibt eine kostenpflichtige Pro-Version, bei der ich aber noch nicht wirklich echte Pro-Funktionen herausgefunden habe, die mir fehlen würden. Ich komme prima klar mit der kostenlosen Version. Hauptsächlich hat man in der Pro-Version ganz viele Filter und kleine Bildchen und Sticker. Und wenn man das gerne möchte, dann lohnt sich das sicher. Oder vielleicht müsst ihr einfach mal gucken. Ich finde, mit der kostenlosen Version hat man eigentlich alles das, was wichtig ist. Gut, dann gucken wir uns das hier mal an. Ich habe jetzt hier in dieses Fotoscape... Achso, wir können mal gucken. Es gibt diverse Bereiche in diesem Fotoscape. Wir sind jetzt im Bereich Drucken. Das wollen wir hier auch tun. Aber ihr seht schon hier, ihr könnt Bilder bearbeiten, ihr könnt Stapel verarbeiten. Ihr könnt auch noch separat Collagen erstellen, wenn ihr zum Beispiel Collagen für Instagram oder was auch immer erstellen möchtet. Kombinieren von Fotos, Gifs erstellen und so weiter. Drucken. Wir machen uns heute drum. Was ihr drucken möchtet, den Ordner, den ihr drucken möchtet oder wo die Fotos liegen, die ihr drucken möchtet, müsst ihr einmal kurz freigeben. Das ist ganz einfach. Ihr habt hier einfach zum normalen Explorer Baum oder Finder Baum, wie immer das bei euch heißt. Und hier wird mir jetzt schon das richtige Album angezeigt. Hier sind meine Bilder drin, die ich fertig bearbeitet habe und auch schon im richtigen Seitenverhältnis. Wir können das mal uns direkt im Finder angucken. Ihr seht hier schon, meine Fotos sind entweder quadratisch oder rechteckig. Da habe ich mir schon vorher überlegt, welche ich klein und welche ich in Seiten, in voller Seitengröße haben möchte. Das sind natürlich dann hier die rechteckigen. Man kann es auch, man muss das nicht unbedingt machen. Wenn man es nicht macht, nimmt dieses Programm zum Drucken einfach die Mitte des Bildes. Manchmal möchte man aber nicht die Mitte des Bildes, sondern möchte dann vielleicht den rechten Rand doch lieber nur drucken. Deswegen finde ich es immer praktisch, gleich von vornherein die Bilder so zuzuschneiden. Ich will jetzt eigentlich gar nicht groß auf das Thema Bilderspeichern eingehen, nur ganz kurz. Um sowas zu machen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, die Bilder in einer Ordnerstruktur zu speichern. Es ist vielleicht ein kleines bisschen oldschool. Es gibt ja so viele tolle Fotoorganisationsprogramme mittlerweile. Das ist auch alles ganz prima. Aber ich finde, also ich für mich finde, dass ich mit der Ordnerstruktur immer noch am besten klarkomme, weil ich dann auch sehe, was ist eine Kopie? Was ist ein Original? Ich zeige euch mal kurz mein System. Ganz kurz, aber wirklich ganz kurz, weil das an sich müsste ich dazu ein separates Video machen. Also ich speichere meine Fotos in einem Jahresbaum. Ihr seht hier die ganzen Jahre. Da gibt es einen Ordner für 2019. Dann gibt es die jeweiligen Monatsordner. Da sind dann entsprechend alle Fotos aus dem Monat drin im Original und zwar alle. Duplikate, eigentlich auch der Ausschluss. Na gut, sagen wir mal so, die unscharfen Bilder lösche ich raus. Und wenn Fotos wirklich identisch sind mit dem Handy, hat man ja manchmal schon die Macke, dass man zehnmal das gleiche Foto macht, dann lösche ich die auch. Aber ansonsten ist hier alles drin. Und ich lege jeweils separate Ordner an, wenn es zum Beispiel in diesem Fall so eine Reise oder einfach ein Event mit vielen Fotos in dem Monat gab. Das war jetzt hier eben diese kleine Reise, für die es also diesen separaten Ordner gibt. In dem sind alle Fotos, die wir gemacht haben. Und wenn ich Fotos drucken möchte, lege ich mir einen Print Ordner an, innerhalb dieses Ordners und kopiere mir die Bilder. Kopieren Achtung, wirklich, ich kopiere sie da rein. Das Original bleibt, wo es ist und eine Kopie kommt hier rein. Und von hier aus nehme ich die Bilder, bearbeite sie, bearbeiten es bei mir meistens einfach ein bisschen die Helligkeit anpassen, Kontrast anpassen, manchmal die Sättigung anpassen. Und das war es eigentlich auch schon. Das kann man, dafür gibt es kein Zauberrezept, sondern das ist dann einfach so, ja nach Bedarf. Manche Fotos sind sehr viel zu dunkel, manche sind ein bisschen zu dunkel. Meistens sind alle zu dunkel, vielleicht liegt es auch in Einstellung meiner Kamera. Also mein Bearbeitungsprozess ist immer aufhellen, Kontrast und speichern. Das war es meistens schon. Und zuschneiden, in diesem Fall war ja noch zuschneiden mit dabei. So, die Bilder sind jetzt also fertig und zum Drucken bereit. Deshalb habe ich mir jetzt genau diesen Ordner in dem Fotoscape aufgerufen. Und wir fangen mal an mit den quadratischen Bildern. Da kommen ja ein paar mehr auf eine DIN A4 Seite, nämlich zwölf Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Wir könnten jetzt auch alle quadratischen markieren, dann würde das Programm entsprechend gleich noch mehr Seiten anlegen. Wir nehmen jetzt erstmal nur die zwölf. Zum Zeigen reicht das. So, wir haben jetzt hier noch meine Einstellung von den ganzen Seiten. Das sieht hier so aus. Wir fangen mal von oben an, hier bei den Einstellungen. Ihr stellt euren Drucker ein. Das macht Sinn. Ihr stellt das Papierformat ein. DIN A4 randlos, wenn euer Drucker das kann. Das ist natürlich toll, wenn er das kann, weil dann habt ihr wirklich die volle Höhe von DIN A4. Und das ist ja die Höhe der DIN A4s. Querformat oder Hochformat, weiß ich jetzt gar nicht, ob das... Ja klar, das macht in diesem Fall auch einen Unterschied. Querformat. Und jetzt gibt es hier unten drei verschiedene Modi. Einmal eins, das bedeutet Druck, ein Bild auf eine Seite. Das ist so eine Schnelleinstellung, wenn man einfach große Bilder hier drücken möchte. Und dann gibt es die Möglichkeit, eine exakte Größe für die Bilder einzugeben. Das nennt sich dann hier Zellengröße. Und es gibt die Funktion Kacheln. Dann verteilt das Programm die Bilder entsprechend auf der Seite, sodass der Platz maximal ausgenutzt wird. In diesem Fall ist hier eingestellt eine Zeile, drei Spalten. Das ist genau die Einstellung, die man nimmt, wenn man die Bilder im Hochformat hier drucken möchte. Das machen wir auch gleich. Jetzt wollen wir aber ja die zwölf auf eine Seite packen. Das heißt, wir wollen drei Zeilen und vier Spalten. Zack. Und schon haben wir die zwölf Bilder auf einer Seite. Keine weißen Ränder, gar nichts, alles dicht an dicht. Es ist nicht exakt ein Quadrat, aber genau in diesem Format habe ich ja meine Fotos in meinem Album hier gedruckt. Wenn ihr gerne eine feste Größe vorgeben möchtet, wie zum Beispiel sagen wir 5 x 5 cm, dann könnt ihr das nämlich auf diese Weise machen. Zellengröße 5 x 5 cm oder was immer ihr möchtet. Ihr habt hier die freie Wahl. Ihr könnt das hier in Millimetern eingeben. Hier habe ich 6 x 6 cm vom letzten Mal. Dann sind das exakt 6 x 6 cm. Wenn ihr noch zusätzlich einen weißen Rahmen haben möchtet für die Bilder, dann geht das auch. Dann nehmt ihr hier den Zeilenabstand und schaut, wie euch das am besten gefällt. Das sind Millimeter. Das heißt, wenn ihr einen 3 mm Rand um die Bilder haben möchtet, dann stellt ihr euch hier 6 ein. Dann habt ihr, wenn ihr das druckt und in der Mitte durchschneidet, 3 mm Rand für jedes Foto. Hier unten bei diesen Punkten braucht ihr nichts weiter einstellen. Hier könnte man jetzt auch noch Dehnen einstellen. Das macht jetzt in diesem Fall keinen Sinn. Aber wenn wir das jetzt hier bei Kacheln zum Beispiel machen, da unsere Fotos ja nicht exakt quadratisch sind, würde sie jetzt ein bisschen dehnen und so wollen wir nicht. Wir möchten natürlich, dass unsere Fotos so sind, wie sie vorher waren und nicht gestreckt oder gestaucht. Gut, dann machen wir jetzt eben noch einen Schwung dieser Bilder im Hochformat für die vollen Seiten. Da sieht das Ganze so aus. Wir nehmen auch die Kachelfunktion, eine Zeile, drei Spalten. Fertig. So simpel ist das. Und dann wisst ihr das Ganze natürlich, hier unten ist der Druckdialog. Und beim Drucken müsst ihr natürlich gucken, dass euer Drucker eingestellt ist. Das wird so sein, weil den habt ihr ja hier schon eingestellt. Aber ihr solltet schon gucken, was ihr da noch einstellen könnt bei der Qualität, dass es natürlich optimal gedruckt wird. Es empfiehlt sich auch, schweres Papier einzugeben. Wenn ihr dickes Papier benutzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest geringer, dass euer Drucker ein Papierstoff produziert. Zumindest glaube ich, dass das den Effekt hat. Und klickt Drucken und dann geht es los. Was ihr dann aus dem Drucker herausbekommt, ist natürlich auch so ein bisschen Sache des Papiers. Da hilft jetzt nicht nur der Drucker und das Programm, sondern das ist auch eine große Frage, welches Papier ihr benutzt. Ich habe zwei, die ich gerne benutze. Das eine ist HP Professional Paper 180 Gramm und Color Copy 200 Gramm. Color Copy ist eigentlich ein Laserpapier. Aber man kann damit auch ganz wunderbar mit dem Tittenstrahldrucker drucken. Ich habe jetzt hier beide mal das gleiche ausgedruckt. Ich nehme das mal aus dem Bild, weil das nicht reflektiert. Ich habe die jetzt mit beiden Papieren ausgedruckt. Man sieht schon, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch so direkt in der Kamera seht, aber ich gebe euch das mal hier nach oben. Wenn man das mal so direkt vergleicht, dann das hier ist das HP Professional und das ist das Color Copy. Da, man sieht schon einen Unterschied. Wenn es mir besonders wichtig ist, maximale Brillanz in diese Bilder rein zu bekommen, dann nehme ich das HP Professional. Wenn ich zu Kompromissen bereit bin, das ist halt bei den meisten Mini Alben wirklich auch der Fall, dann nehme ich das Color Copy. Denn, wenn ihr euch die Preise anschaut, dann spricht schon eine ganze Menge für das Color Copy Papier. Hier liegt man bei 6 Cent für einen Bogen, wohingegen dann das HP Professional Papier 25 Cent pro Bogen kostet. Ja, das ist es auch irgendwie wert. Man hat schon ein wirklich sehr schönes, klares Schwarz, wobei das hier doch eher so ein bisschen gräulich ist. Aber wie gesagt, das hier ist ja keine schlechte Qualität. Also auf 80 Gramm normalem einfachen Druckerpapier sieht es natürlich nochmal ganz anders aus. Also das ist schon eine enorme Steigerung dazu. In meinem Album habe ich das Color Copy Papier benutzt. Ich hatte nicht mehr genug von dem anderen. Und außerdem, wie gesagt, es muss nicht immer dieses sein. Ich nehme das eigentlich lieber sogar für Layouts als für Mini Alben. Weil bei Mini Alben, die gehen ja auch durch Hände und sind offen und von daher leiden die Bilder ja eh mal ein kleines bisschen. Und ob das jetzt absolut perfekt gedruckt ist und so hyperscharf oder eben nicht, spielt für mich da keine so große Rolle. In jedem Fall sind beide Papiere matt und beschreib- und bestempelbar, weil sie eben auch glatt sind. Ihr seht das hier, hier habe ich das bestempelt. Das geht total super. Schreiben auch. Zum Beispiel hatten wir das ja hier bestempelt und beschrieben. Geht super. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt weitergeholfen. Es kommt ja so oft die Frage, wie ich meine Fotos drucke. Das ist der häufigste Weg. Also fast alle meine Fotos drucke ich selbst zu Hause in DIN A4. Also auf meinem DIN A4 Drucker und dann eben entsprechend in den Formaten, wie ich das gerne haben möchte. Ob nun für Layouts oder für Mini Alben. Was die Druckkosten in Sachen Patronen angeht, keine Ahnung. Ich finde nicht, dass mein Verbrauch an Patronen übermäßig ist. Aber das ist halt auch so eine Gefühlssache. Ich würde es euch empfehlen, einfach mal zu probieren. Ich glaube, es macht auch einen Unterschied bei den Einstellungen im Drucker, ob man Fotopapier einstellt oder normales Papier. Also in diesem Fall ja schweres Papier. Ich glaube, die Menge an Tinte, die der Drucker dann benutzt, ist auch was ganz anderes bei Fotopapier, bei diesem Glossy-Papier. Vielleicht liegt es daran. Ich finde absolut nicht, dass ich viel Tinte verbrauche. Aber wie gesagt, das ist total subjektiv und muss man einfach mal, muss man einfach mal ausprobieren. Alles, was ich jetzt hier benutzt und euch gezeigt habe, findet ihr unten verlinkt in der Infobox. Ich habe euch das Memory Notebook Kit verlinkt, die Papiere verlinkt, den Drucker, die Software, die Stempel, die ich im Album benutzt habe. Und ich glaube, damit habt ihr soweit alles und die freie Wahl, was ihr euch davon zulegen möchte oder was ihr einfach mal ausprobieren möchtet. Vielleicht ist es auch gar nicht so nötig, sich noch extra was zuzulegen, sondern ihr könnt mit dem arbeiten, was ihr da habt. Vielleicht unterschätzt ihr euren DIN A4 Drucker, den ihr so schon zu Hause habt, ja auch. Und der könnte ganz prima Fotos drucken. Probiert es einfach mal aus. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin!